Guten Morgen, liebe Landfreundinnen und Landfreunde. Ich bin soeben in Neuenburg angekommen, werde heute eine ganz schöne Wanderung machen, und zwar vom Neuenburger See zum Wieler See. Und dann befinde ich mich noch in der Stadt Neuenburg. Hier, diese Strasse, kommt der Transistrail runter und ich folge jetzt noch ganz wenig diesem Fernwanderweg. Musik 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 So, ich habe den Rand von Neuenburg erreicht. Musik Ich sehe jetzt einen sehr schönen Park, Seebunten. Noch mal ein 컬러�cer partes, noch gerade eine kleine Bahn. Und da Richtung See, das ist schön, wirklich schön, bisschen bewölkt, aber nicht schlimm. Hier noch ein Blick auf die wunderbare Parkanlage, so was Schönes. Ein bisschen dunstig, aber jetzt, das macht ja nichts, Hauptsache es ist sonst schön und kein Regen. Ein Blick auf die Stadt nochmal. Musik 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 Da hier befinde ich mich jetzt im Hafen von Neuenburg. Musik 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 und da noch einen Blick in den Jura hoch. Und da vorne kommt schon wieder der See. Leider sieht man heute die Berge nicht. Hier in diese Richtung, das ist das Ende vom See. Dort werde ich jetzt hinmarschieren. Noch einen Blick auf den See raus. Und da komme ich schon wieder in einen Hafen. Das ist das Stadion von Neuenburg. Das Industriequartier. Endlich habe ich den Naturweg. Wiesige Parkanlage da, hier. Und ich befinde mich hier schön am See. Jetzt habe ich die Stadt Neuenburg verlassen. An dieser Stelle befinde ich mich auf dem Autobahndach. Da um den Busch geht die Autobahn. Da vorne sieht man jetzt wieder einen Einschnitt von der Autobahn. Mein Wandelweg führt jetzt hier durch ein bisschen vom See weg. Ich bin jetzt auf der Seite. Ich bin hier in der Mitte. Und ich bin hier in der Mitte. Das ist die Wand. Ich bin hier in der Mitte. Entspannend, der das da ist, ich bin hier in der Mitte. Das da war jetzt mein Picknickplatz und da ist ein Fuchs, oh jetzt habe ich den nicht mehr gesehen, konnte ihn nicht mehr filmen, war zu schnell weg. Und da ein Blick auf den See. Und das moderne Gebäude hier vorne, das ist ein Bad. Jetzt geht der Wanderweg hier durch. Auch das da gehört dazu, zu Neuenburg, ein modernes Neubauviertel. Und hier vorne geht es jetzt wieder zum See. Diese Anlage ist ein Hotel und den See herausgebaut. Interessant. Sicher schön, hier Ferien zu machen. Direkt am See oder sogar im See. Jetzt noch einen Blick zurück Richtung Neuenburg, zu diesem interessanten Hotel. Wiesensee, ja. Ist auch der grösste Schweizer See, die ganz in die Schweiz liegt. Und da unten ist schon das Seeende. Da oben ist ein künstliches Wasserbecken. Da kommt jetzt zum Vorschein einem See um. Und vor dem Museum noch drei Pfahlbauer Häuser. So wie sie hier früher am See oft vorhanden waren. Und hier sieht man zum Seeende. Da sind die nachgebauten Häuser. Und früher sind also nicht Pfahlbauhäuser, wie ich zuerst gemeint habe. Das ist also ein Neolithisches Dorf gefunden. Und zwar 1984 wurde das hier entdeckt. Das hat in dieser Gegend viele nachgebaute Häuser. Ich muss dann noch mal schauen, was da drin ist. Das sind Ausgrabungen von früher hier zu finden. So nachgebaut. Da oben der erste Redberg und noch so schlossähnliche Gebäude. Hier der im dritten Teil vom See. Jetzt gibt es mal einen Rundumblick. Richtung Neuenburg. Von dem Jura hoch. Und hier befinde ich mich in einem sehr schönen Park. An dieser Stelle mache ich jetzt noch einen Umweg nach Sable. Da soll noch eine ganz schöne Kirche sein. Da vorne ist gerade ein Zug abgefahren. Von Neuenburg nach Bärden. So, ich bin gespannt, was man hier vorne dann sieht. Ein sehr schönes Städtchen schon fast. Das ist jetzt ein Besuchwert. Das ist auch ein uraltes Haus. Und da vorne ist die Kirche. Leider hat die Kirche geschlossen. Das ist dann noch ein Wurfgang. Mit das schöne Dorfbild. Wenn wir mal anschauen. Das sind Artenhäuser. 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 Eine moderne Skulptur. Als Wasserrad. Das sieht noch gut aus. An der anderen Seite. Der Hafen. Wunderschöner Ausblick. Das Ende vom See. Hier unten auf Neuenburger See. Das ist ein sehr schönes Rosenbett. Ein sehr schönes Rosenbett hier. Eine sehr feudalen Villa. Hier vorne. Und hier bietet die See. Ein sehr schönes Rosenbett. Zeit lang gibt es immer mehr Bewölkung. Ich hoffe, dass es nicht noch schlechter wird. Der See hat nicht so viel Wasser. Und da nochmals ein Blick Richtung Neuenburg. Leider muss ich jetzt schon bald den See verlassen. Aber es gehört auch dazu. Dafür kommt sonst sicher etwas Schönes. Hier ein interessanter Aufstieg. Hier ein interessanter Aufstieg. Da bin ich jetzt schon fast vorne. Hier ein interessanter Aufstieg. Und da nochmals zurück nach Neuenburg. Ein mächtiger Baum. Er muss uralt sein. Da noch einen Blick auf den See raus. Und da noch ein interessanter Aufstieg. 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 Aufstieg. Und da noch ein interessanter Aufstieg. Da bin ich sicher. Ich hoffe, dass ich an einer der Nichtregager die Problem,